Du musst aufpassen, dass ich nicht nur auf deinen Namen achte, Michael. Hab ich doof, was ich will? Ja, warte mal. Geh mal weg! Ich schaff's! Was hat er gemacht, ey? Hallo! Herzlich willkommen zurück zum Survive-Games! Dennis ist mit dabei! Und da! Ja, und wir haben noch was mit dabei! Die Kartoffel! Kartoffel! Und wir sind diesmal auf dem Hive-Server. HIV.eu.net Genau! Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt irgendwas gerissen bekomme. Ich hab eine Steinachse, ich schnetze jetzt einfach mal. Ja, du hast mir die zweite Steinachse geklaut! Oh, nicht mich denn geschlagen? Nöööö ich geh'n bisschen an... durchchecken... Hier ist einfach ein Holzschwert! Au! Au! Au, au, au! Oh, je, ich hab'n Holzschwert! Ja, gut! Ich mutte mich, schnüffle die Mutationsdauer! Los! Wo ist er denn? Ist er tot? Ne, da bist du... Warte, warte, hier! Hier, hier! Bleibt noch mal stehen! EY! Da! Hat er mal einen Stick? Ähm... und abgablos die Händler schwindet das ist wieder gut das Kind fliegt man nicht in der Luft Marcel kommt noch hinterher Profis gehen schon mal vor so, hey mein Freund, hey, bleib stehen hey, Kollege ey, du Bombe-Lücker, bleib doch mal stehen der hat einen richtigen Skin für so weiter, ich drück dann noch rechts auf so mal ein paar Kisten ein bisschen was gucken ich habe nichts zu essen ich habe nichts zu essen da oben ist einer auf dem Baum na du Buschma da oben ist einer da oben ja, warum sollte ich aufnehmen, wenn ich schlechte Laune habe wo ist denn hier oben wo seid ihr? ich bin da, wo wir gerade rumgelassen beim Spawn ach, das klappt ja ich habe dich, ich habe dich hier, hier, ey, ja so, ich habe einen Diamanten oh, er kommt oh mein Goooood boom, 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 oh lol ne, das muss ich nicht machen wo seid ihr? in der Mitte okay okay du Schott brennen? kannst du mir was zu essen? ja, kann ich und die Brust kannst du mir aufgeben hohohoho, dann hast du wenigstens zwei tippen haaaah die hat zwei tippen machen lassen, ne? äh, ach, ach, da kommst du, alter da ist, da ist da ist Kallet 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 der geht zu dritt wie so, wie so wie so ne wütende Meute KALLET 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 stehen bleiben oder so ey, der wird geswattet, alter ey, Typ habt ihr das mitbekommen mit dem Typen, der es Go gestreamt hat und dann jaaa ja klar Typ also Schwein, alter ey so ich hab ihn, ich hab ihn getötet ja okay good job komm mal mit hier hoch oben sind oh, da ist ne Kiste ist ja auch leer ey, hallo, hallo hallo ach, da kann ich nicht mit Waffen in die Hand äh hinter euch, hinter euch, hinter euch da ist einer jo rennt auf, genau, rennt auf voll rein ich mal nehmen wem, wem aua äh, Moment Leute, ich habe hier ich habe das, 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 das ich hab ihn, ja das, das hab ich für euch äh, das hab ich mit scheu hier drehen wir das Hausbruch wem bisschen checken bisschen loki-loki machen ich hab noch ein Schwert von mir hallo, dann also das war alles gut alles gut alles goodi 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 weg damit lass mich aufpassen, dass ich nicht nur auf deinen Namen achte, mich scheu Ja, warte mal. Geh mal weg. Ich schaff's. Was hat der gemacht ey? Du kommst da so nicht. Nein, ich wollte da. Du musst eigentlich einen runterspringen und dann in die Kiste. Genau, und jetzt springst du und gehst an die Kiste. Nicht Knopf, nicht Knopf. Wow. Egal, ich helf's nicht. Hier sind noch zwei Sachen. Eisenachst? Ja, ja. So brauchst du nichts. Ich bin ein Müllschlucker. Ich nimm das gerne. And my broken heart. Wie blitzig. Nein, nein Leute. Watt für Lag. Lag. Spastier, alter. Wo ist eigentlich mich? ich bin Richtung Spont Morgern ist aus dem Spont St mit Blütteln Boah hier ist wohl ich habe eine Scheibe geworfen Karte Warte du da vorne ja genau 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 die Schleimlein wenn man es so kommt ja komm du komm in der Richtung wo sich um die Schilden dort werden hol ich mir aber mein Freund Ey, nicht wegrennen. Ich treffe den Typen! What the fuck? Ich weiß nicht. Ist der wie Sau? Oder ich kann ihn nicht schützen. Ich booste dich schon wie Sau. Bam, 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 bam! Am... Gut! 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 Das hat 300 Herzen, Leute. Aber du bist gut geflogen, das muss ich dir schon lassen. Danke! Hat dir dein Diamant? Ne, ich hab Sticks auch. Ich hab auch nichts. Ich hab dich gut geboostet, oder? Ja. Einfach mal... Einfach mal direkt in die Fresse geflogen. Ja. Ja. Gebeam. Ja. Würde schon. Hast du Essen? Ähm... Zwei Kartoffeln. Weißt du? Ja, ich hätte mich gerne. Ähm... Ja, ich hätte mich gerne. Ach... Ja. Sag... Sag... Dein eigenes... Dein eigenes Scheißkind. Sechs. 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 Steht da unten noch ein Chat. Achso. Ey. Ey. Uuuuuh. 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 Da ist einer. Denn wir waren Schwab. Und ich brenne. Ich hab ihn. 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 Kann man hier ausbacken. Oh, doch. Ja, hier kann man wenigstens backtaken. Boah. Wir haben es irgendwie geschafft. Gut. Jetzt erstmal hier. Ähm... Das anziehen. Diamanthelm anziehen. Ich hab einen Treffmatch noch. Ähm... Äh... 40 Sekunden. Ich hab das Diamantschwert, ne? Nimm du einfach. Ja, hier ist ein Ei... Hier ist die Eisenscheiß. Ach, genau. Das Eisenscheiß. Das Gold kann weg. Love you. Seine Axt heißt Love you. Hier. Bitte. Sowas will ich nicht. Love youuuu. Uuuuuh. Uuuuh. Alter. Alter. Genau, Jungs. Hab ich... Hab ich... Hab ich... Hab ich mal Feuerzeug da liegen lassen. Nehmen wir Feuer... Nehmen wir Feuer... Nehmen wir natürlich kein Feuerzeug. So, Leute. Wie viele sind jetzt noch hier? Vier. Drei. Wo willst du denn mit dem Diamanthelm, ne? Ja. Es gibt nur noch drei hier. Okay. Okay. Hü. Wolle chillt da für ne Ecke, muss dann drin. Nimm! Achso, es sind wir drei. Nimm! Nimm! Na dann nicht! Haha. Oh, euphiges Deathmage kommt jetzt wieder. Jaaaa genau! Hahaha. Kommt Dennis! Wett auf dich. Los los los. Wett auf dich. angreifen können ich weiß und fertig ich wollte nur nene jetzt habe ich ihn zum weinen gebracht ich wollte doch nur ein bisschen trollen ich dachte wir haben wir ich dachte es geht noch gar nicht los jetzt fangen die billigen aus heute ja wollen wir SG 124 nehmen direkt daneben ja ich bin drin jetzt gibt es noch Jack Jango Jack Jango ja ja bei mir lecker ich bin ein bisschen rabbet da ich bin in der Mitte kommt Worte zu mir kommen Worte zu mir kommen Also ich komme zu dir Hallo Hallo München rabbetäber gewinn dumm 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 Ich kenn das Video noch mal. Musst du gucken. Django, bleib stehen! Ich hab dich gleich. Fick, du bist... Nein, nein, warte, warte. Ich bin zu schnell. Guck mal, die beiden kuscheln. Oh Gott, nein! Er greift mich! Okay, was soll das hier darstellen? Egal, ich... eine Exe auf... Nein, ich länger als grad. Das ist okay. So, wir sind auf Breeze Island 2. Jawohl. Ich soll noch mal Breeze Island... Das ist diese Insel. Ach so, eine Insel. Ach, stimmt. Deswegen eine Island. Ach, das ist die hier. Kennst du sie noch, Dennis? Ganz früher. Ey, war... Oh, wir standen alle drei ineinander. Echt? Ich kann mich nicht vermitteln. Ich kann nicht laufen. Oh, I'm recording. Michael78981, okay. Oh mein Gott, noch drei. Ich hasse Hype, weil davor immer so viel Zeit ist. Noch 29, noch drei. Ja, aber du kannst dich schon mal fokussieren. Und dann... Ich hab' nichts bekommen. Ich hab' nichts bekommen. Ich hab' nichts bekommen. Ich hab' nichts bekommen. Da oben ist'n... Da... Da links... Da gehst du. Ich renne jetzt einfach mal hier rum so, ne? Ich hab' keine Ahnung, wo jetzt los hingeht, also... Ich hab'n... Schwett. Ich hab'n Schwett. Lass' mal zum Schiff gehen. Okay, ich bin alleine zum Schiff. Ich bin alleine zum Schiff. Ich kann euch nicht verfolgen hier. Poloan HD. 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 Ah, okay. Okay, ich bin alleine zum Schiff. So, der Schiff hat zwei Waffen, ey. Wuhu, ich brauche eine Waffe. Wer ist da im Wasser? Ich. Verkomme. Ich rette dich. Ich rette dich, mein Sohn. Da hol' ich dich kaputt. Blöde. Keine Waffen. Von unten hast du ne höhere Hitbox. Ich weiß. Ah. Ah. Au. Ein... Also ich bin... Ich bin ein Pirat. Ich bin ein so toller Pirat. Muss mal kurz, äh... Hey, die Peppa. Kann ja nicht sein. Hey, warum hast du die weggeworfen, die Axt? Wenn ich scheiße ist. Dann schmeißt du deine Axte eigener Holz an. Nur weil etwas scheiße ist, musst du es dann nicht direkt wegwerfen. Man kann's reparieren. Genau wie mein Herz. Oder schiff, oder... Oder verbrennen. Oder verbrennen. Verbrennen damit auch. Wie mein Herz. Oh, ich bin in einem Piratenschiff und hier ist voll scheiße gut. Ich bin... Boah. Erstmal ne Kartoffel essen. So. So. Ähm. Ich hab' ich gedacht. Boö, das ist nicht so schön. So iOS 1, 3, 2, 3, 1. Typ, nein, hier drin. Wo sind die Gegner, wo sind die Gegner, wo sind die Gegners? Was ist mein... Hier, du hast... Da sagt mich, ähm... Wo seid ihr? Aquí ist noch ne Kiste... Gegenüber... Die ist auch leer. Und welchem? Richtung... Richtung Volleyball? Lass mal... foss... latch mal rüberhoppen! Lass sie uns da hinten... Wartfuck Kommst du mit rüber? Du bist eigentlich ein bisschen bewusst, Marcel Ja Da vorne ist einer! Da vorne ist einer mit einer Angel Das ist aber einfach, der kommt auf mich zu Ich fick dich aus und nun bald Oh, da kommst du richtig krass Ja, ja Dabei, dabei Ähm, ich bin traurig Der Typ darf ich nicht sehen, der Typ darf ich nicht sehen Der Typ darf ich nicht sehen, der Typ Au Kommt von zwei Seiten Weil, weil was für nem Volleyball Ach da, ich weiß nicht, soll es nem Volleyballfeld? Ja Da weiß ich nicht Jetzt hast du denn weiter weggeschlagen Mensch, Marcel Mensch, Marco Mensch, Marcel Mensch, Marcel Zip Nip 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 Wir sind auf der anderen Seite, ne? Wir sind gerade hinter dir Jetzt sind das zu zwei hinter mir Ich bin... Wir haben dich da gerade rüber springen gesehen Also muss ich jetzt zurück Ja Oh, guck mal Ein Team Weg mit dir Einer hab ich Eins hab ich Eins hab ich Ja, ja, der ist auch du Ja, du Du bist so ein... Digga, man fickt mich mit dem Ficker Jetzt gib mir meine Sachen wieder Ich... was, was? Ich hab dir gar nichts weggenommen Hier... Einer hab ich getötet Ich hab alles mal einen Arzt Hier eine Karotte-Kassam Hier eine Suppe Oh, au 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 Ich sterbe Ich hab... Warte, warte Ich hab noch ein halbes Herz gehabt gerade Oh, sowieso Hier, das kann ich alles haben Hier, 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 alles, du Mr. Knalle Äh, vielleicht Ich hab dir den Schwenger gegeben Alter Einen richtig harten Schwenger hab ich dir gegeben Alter Einen richtig harten Schwenger hab ich dir gegeben So, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Dings haben wir Hier... Ey, lass... Ey, lass mal kurz uns spawnen, Alter Ich muss mir so ein richtig geiles Ding erstmal bauen So eine richtig geile Keule Ja, ich muss mir... Dennis ist der Junkie Ich hab keinen Bock immer hinten einen reinzukriegen mit der Faust Oh, das war ein Apfel Mit sonst... What? So... Guck mal, siehst du das Ding hier? Siehst du das? Das ist der Penetrator, ne? Okay, hier Woher sind die Gegner? Woher sind die Gegner? Ja Ey, jetzt hast du die Idee jetzt gelegt, wenn das Ding weg ist, ne? Das ist unklar Haha Hat jemand Pfeile? Ich hab zumindest einen Bogen Ach so, ein Pfeil Warte Da Aber ein paar Pfeile Ich danke euch So, was wollt ihr? Wer von euch muckt? Wer von euch muckt? Okay Gut Okay Ja, ja Ist okay Okay So Jetzt weiß jeder, wer das Alpha Tier ist Ja, Mann Boah! Das Ding hat dich gerettet Guck mal, wo ich gegen geworfen hab Hahaha Richtig schön, ne? Wo sind denn die Gegner hier? Wo sind die Gegners? Wann werden denn die Kisten aufgefüllt? Ich hab schon Lust, dass, dass gleich irgendwas witzig ist Keine Ahnung Können paar Duelliche schieben oder ein paar Dreckige Sachen damit Und, damit Da warte ich selber Nein, da ist nix, da ist da warte, nee, da ist auch nix, 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 da warte, nee, da ist auch nix Wem vor die Augen? Na ja, wo ist der? Hört auf mich auszulachen, das war mein letzter Das war mein Lieblingsfall Komm mal her, komm mal her, ich hab was für dich Ich hab was für dich Hier, du kriegst Sperma Boah, das sieht mit der Animation so, als ob du das gerade essen würdest Eklig Dennis, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Hallo? Links, 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 zwei, zwei Hit Komm, lass die holen Keine Ahnung was Dennis macht, aber egal Ja, schießt euch selber ab, ist in Ordnung Jungs Ich komm nicht hinterher, warte, jetzt Der ist im Wasser, der ist jetzt verloren Oh 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 du Gott, ich hab grad auf dich geschlagen Ich hab mich grad erschrocken, wo bist du? Ähm, coole Schuhe, hast du den Helm? Den willst du bestimmt selbst aussetzen Ja Ich hab' den Helm, ich hab' den Helm Ich hab' den Helm, ich hab' den Helm Ich hab' den Helm Da ist der Typ Äh, ist er tot? Mr. Knall ist tot Der hat wohl Ich hab' keine Ahnung, wo er hin ist Ich hab' keine Ahnung, wo er hin ist Er ist einfach verschwunden Ich muss noch kurze Kartoffel essen, warte So, okay Neue Kraft gedankt Obwohl, ich hab' nicht viel, äh, Leben í, ich warte mal Kommen Dünn-dü, zwoyt oo di dünn Wearta Geben wir mal auf Strand-Sport Chamberlains Dieses Strand-Sport Oh, brauchst du, brauchst du sechs Gold? Ne, danke Dünn-dünn-dünn-dünn-dünn-dünn-dünn-dünn-dünn-dünn-dünn Und da was? Ne. Da weh. Ach, schade. Kein Fisch da, man... Man geht! Kein Fisch! Baden! Okay. Oh, guck mal! Oh, Leute! Okay, es geht los. Wo bist du? Fuh, ha! Fuh, fuh, ha! Oh! Nein, tut mir nicht weh! Da kommt eine Aua! Da tut mir weh! Dann hauen wir jetzt kaputt. Guck mal, du hast von 5 Fallen nicht eingetroffen, mein Freund. Dann hat man einen Kschutz. Was ist ein Kschutz? Oh, ich bin noch nicht, wir haben noch mal. Ich bin noch nicht so richtig. Dunja! Huchjaa! 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 Oh, ich bin noch nie. So, ich sehe ja noch einen Kuchen von uns. Ja, um noch zu sagen, das reicht wird. Ähm, falls es euch gefallen hat, dann lassen wir die Bewertung da. Wenn ihr mehr von Marshall sehen wollt, dann könnt ihr den auch besuchen gehen. Ey, ich muss dich ja nur kaputt schlagen, wir sind ja gar nicht beim Team Survival gegangen. Ach ne, hier, achso, ich wollte gerade sagen, hier ohne dass die ja schläft, so. Alles klar. Komm, wir machen so knackig. Ups. Aua. Ja, ich hab's eh gedrückt. Warte, wir haben so einen Sack, ey. So, warte, ich muss kurz weg. Ganz kurz. Oh, was ist denn? Ah, ja. Ihr kriegst ne Angel, falls du beraust. Hier. Angel. Ah, geh weg! Okay, warte, zwei Herzen noch. Ich hab immer noch keine Ahnung. Ich hab immer noch keine Ahnung, was mit Dennis passiert ist oder so. Ich hab den Dennis. Ich hab genug Eisenschwerter. Okay. Warte, du hast einen Stein, du hast einen Eisenschwert? Steinschwert noch nicht. Nein. Achso. Okay, und los. Aua. 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 Okay. Äh, gut. Aber ein bisschen der Mitte bekommen wurde. Endlich hab ich mal gewonnen. Mein erstes, die... Oh mein Gott, mein... Ohohohohoho. Okay, gut, ja. Ähm, genau. Aber wie schon gesagt, lasst die Bewertung da, wenn's euch gefallen hat. Wenn ihr mehr von Marcel sehen wollt, äh, schaut in die Beschreibung, da ist er drin verlinkt. Äh, andersrum gilt's natürlich genauso, ne? Genau. Und falls ihr mehr haben wollt, könnt ihr's auch reinhauen. Und abonnieren. Und ansonsten haut ihr rein. Bis dann. Tschüss. So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte ein Like da. Auf der linken Seite findet ihr mein letztes Minecraft Let's Play, das war die Folge 14. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heiß. Kartoffeln sind halt und schlechte Unterhaltung.